wenn wir schon vier haben ja auch will ich sagen die jetzt auf 94 schwarzer mann die tür macht man erst auf das schießt man nicht so raus er nimmt doch bitte mal hier ach so du nimmst das wenn der passagier die karte nicht bezahlt der schwarz gefahren das schwarz arbeiter doch wir müssen da auch war ich ja ja kommt der raum die macht das schon la 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 uhlulu euker mit der arme da eine witz oder war ein kind und er noch eine etage etage das gibt es aber nicht die schwarze das ist ja nicht so wir feiten hier und mit der er oben bilder suchen da es hat sich doch nicht gelohnt hier da hoch zu gehen Noch höher Haben wir den Dicken gefunden, den Boomer? Nö Boomer ist ja noch hier stecken Hier sind noch Tabletten Oh, da war wohl keiner Nö Äh, da sind wir, ok Ähm, hier ist die zweite Pistole Falls noch jemand keine hat Ohne Bibliothek Sehr, sehr idyllisch Oh, hier eine Klospülung Als jemand gerade mal muss, wir hatten länger keins mehr Da ist ein Hunter Ja Ich glaube, hier müssen wir langen Wer ist denn da ganz hinten? Ich hole mir nochmal Munition Hier gibt's Pillen Oh, scheiße 3 Okay Ja, kommt was Achtung, hier ist ein Hunter Bitte Ich hole mal Ruhe Hier ist ne Witch Oh, Pistole. Ne, 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 aber die Pistole noch. Vorsicht, Pistole, Pistole. Vorsicht, Pistole. Hier gibt es schon wieder Pillen. Oh, Medizin. Und noch mehr Rohrbomben. Pillen. Ah, hab ich schon so viele. Es gibt auch Medizin übrigens, also die Pillen. Ihr könnt euch ja Pillen reinschmeißen. Und Rohrbomben. Oh. Lauf doch mal weg, Woll. Dieter, geh doch mal das Kind trösten bitte. Das weinen soll. Ja, mach ich gleich. Wenn ich's sehe dann. Er ist hier mit der Zunge wieder unterwegs, der Typ. Wir haben gefunden, ich weiß. Zunge. ich würde zum haus gehen ach so zu da oben ach mach doch bitte keine Schlange nieren ja meine Waffe ist leer toll die Pistolen sind aber auch recht gut hör auf damit Louis ich habe nicht das Geist hier ist der Kühlschrank vielleicht gibt es hier was zu essen hier muss doch irgendwo Munition sein im Haus oder? Kaffeemaschine geht auch nicht Kamin ist an hier bleibe ich hier ist schon warm hier ist Munition ah ja oh nein im Haus bitte oh no smoking section hast du bekommen Smoking ähm damit hast du kein Manic Pack mehr? doch map egal dabei PIN 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 oh ich habe keinen aber die Zaun ist totale Kacke Ölstück ich? hast du gefunden gerne Munition? ne oh wir müssen hier hier wir sind Waffen und Munition oh Tank zungen akrobatik zwecklos erfolgt freigeschaltet wir müssen da oben da oben zur kirche wir müssen da oben zur kirche hier ist ein hier ist ein vielleicht keine Muni mehr da lag doch im Haus ganz schier let him to let you in the safe room wer ist denn hm ach da ist jemand drinnen aber wer we are ready to fight hier ist Munition nachladen vorher hier ist eine Rohrbombe Munition alles aufheben ja gut dann ist ja perfekt ja dann kommt mal hier her weil hier ist auch noch Rohrbombe Rohrbombe nicht dass ich jetzt hier gleich alleine stehe ich brauch nur äh Rohr Munition ja in dem Haus hier in diesem Kämmerlein ich glaub ich nehm noch ein Medipack komm schon deck mich mal da drin sind dann ja eh wieder welche ja ok wer macht auf ich mach auf hier nehmen wir hier Snipermodus am besten dann zur Seite gehen ja die hauen ja durch die die Wände hier ein äh die Fenster Bretter da ist auch der Ausgang voll geil ey Ding Dong ist nicht fertig oh ok 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 Natürlich, ich bin ja hier meistens schon anzugucken. 2451, mhm. Schiedprogramme. Gut, dann stoppe ich jetzt die Aufnahme. Warum stoppst du denn? Jede Folge.